Vor ihr stand eine Reihe Skelette, in genau den gleichen Posen wie Staslers Serie Family Planning. Diesen Titel benutzte ich für mein erstes Werk und später entschied ich dann, die ganze Serie unter demselben Namen laufen zu lassen. Sie starrten Carrie an, als stünden sie dort, um die Unvorsichtigen zu begrüßen. Ich habe gestern die Abdrücke von ihren Rücken genommen. Sie haben das Mädchen von Nummer 8 gesehen, also wissen sie, was kommen kann. Sie machte erst beim Anleg von Stasler Halt, der sich nackt hinter einem Mädchen erhob, das auf dem unbefestigten Boden kauerte und am Hals an einen der Stützbalken gekettet war. Ich habe herausgefunden, dass nichts, nichts zu so wirklich scharfen Abdrücken führt wie Ersticken mit Alginat. Euer Gott bin ich. Ich bin es, der entscheidet, ob ihr lebt oder sterbt. Ihr werdet sehen. Ihr werdet sehen. Totenstarre von Marc Nykernen Gelesen von Lutz Schnell und Vera Tels Gelesen von Lutz Schnell und Zoll